Nach seinem Sieg bei Let's Dance gab Ex-Fußballer Rurik Gislason bekannt, nicht sofort zurück nach Island zu reisen. Der frischgebackene Dancing Star 2021 will nämlich in Deutschland bleiben und Karriere machen. Wie jetzt bekannt geworden ist, wird er dies wohl weiterhin im TV machen und wird so schon bald in direkt zwei Sendungen zu sehen sein. Alle weiteren Details gibt es hier. Alle Folgen von Let's Dance gibt's auch noch mal aufzusehen. Rurik Gislason ist Dancing Star 2021. Hat seine TV-Reise erst begonnen? Mit seinem Sieg bei Let's Dance an der Seite von Profitänzerin Renata Lusin hat Rurik Gislason in Deutschland sicherlich einige Fans hinzugewonnen. Allerdings könnten in Zukunft noch einige weitere dazu kommen. Schließlich ist es mit seinem Auftritt in der diesjährigen Staffel der Tanzshow nicht getan. Nicht nur will er auch privat in Deutschland bleiben. Es stehen allem Anschein nach bereits weitere Projekte mit dem isländischen Sportler an, auf welche sich Zuschauer freuen dürfen. Vorab sei gesagt, die Formate kennt wohl jeder. Wie wird sich Let's Dance-Liebling Rurik Gislason in diesen Schoß schlagen? Nachdem Zuschauer inzwischen wissen dürften, dass Rurik Gislason das Tanzbein schwingen kann, wird am 15. August 2021 auf VOX gezeigt, wie es um die Kochkünste des Hottis steht. In Folge 2 des Grill den Henssler Sommerpechels wird er sich um die Nachspeise kümmern. Was er da wohl Süßes zaubern wird? Das bleibt abzuwarten. Und was wird den Fans von Rurik noch serviert? Am 20. Juli 2021 können Studiozuschauer wohl dabei sein, wenn er sich bei 5 gegen Jauch behauptet. Während der Sportstar hier seine Teilnahme laut TV-Movie schon via Instagram ankündigte, können via tv-tickets.de offenbar auch entsprechende Karten erworben werden. Der Seite zufolge sind es neben Rurik übrigens auch Anne Menden und Ongtuan Monod Jr., die mit von der Partie sein werden. Eines steht fest, mit diesen besonderen Fernsehauftritten dürften wir Rurik Gislason noch einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Nach rechts weiß in der Pfeil wie Rurik auf die Liebesgerüchte um ihn und letztens Kollegin Valentina Pade reagierte. Das erfahrt ihr schon mit einem Klick ins unten stehende Video.